Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Heute gehen wir in den Neterra. Autsch, so noch nicht. Jetzt. So. Ich bin mal gespannt. Okay, der Ausgang ist immer noch derselbe. Ähm, nehmen wir vielleicht erstmal die normale hier. Guck mal, das geht ja ruckzuck. Achso, da kriege ich nix, weil ich das schon mal hatte, ne? Ich erinnere mich. Diesen Stein kannst du ja auch abbauen bei dem... Da, das war eigentlich war ein Felix Peding, oder? Was ist das denn, was ich da alles freischalte? Block of Quartz. Ich hab... Achso. Ich bin mal gespannt. Was ist das? Goldnuggets? Okay. Das ist auch neu, dass es sowas hier gibt. Zumindest neu für mich. Mal kurz. Einfach aus dem rezepttechnischen Grund möchte ich das mal alles freischalten. Okay, das Gen... Was ist das denn? Banner Paper, okay. Da sind doch grad ganz viele Dinge aufgekloppt, oder nicht? Die meinen, ich war nicht böse, wenn ich die nicht angreife. Meine ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass die einen nicht angreifen. Genau, guck. Die bringen richtig viel XP. So, gleich gehen wir mal diesen Höhlengang lang. Ich frage mich echt, ob es noch mehrere andere Sachen gibt. So. Wollen wir jetzt nochmal da hoch. Holen den Rest da weg. Stimmt, es gab auch diesen... Ach, ich erinnere mich. Es gab doch dieses blaue Lagerfeuer, was man jetzt bauen konnte. Durch Soulcent. Den gab's auch noch. Dafür brauchte man auch eine Schaufel. Guck mal, hier haben wir einen Gang. Ich sollte... Habe ich nicht vergessen. Wir werden mal alles mit Fackeln abstecken, demnieter, weil hier alles gleich aussieht. Ich erinnere mich an den Trick von Nomads. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Spitzhacken hätte mitnehmen sollen. Ich habe sonst kein Eisen mehr eingepackt gehabt, ne? Was ist das denn? Achso, das ist ein Portal. Das wäre RIP gewesen, wenn ich das jetzt abgebaut hätte. Das wäre richtig RIP gewesen. So. Gehen wir mal den Weg hier lang. Ich muss mich jetzt äppeln. Das heißt, ich... Meinen Hinter gibt's nix, oder was? Das ist aber eine schwache Leistung. Ja, wo soll ich denn? Ich würde mal hier längst einfach mal. Ich muss ja mal irgendwo hinkommen, oder nicht? Okay, ich bräuchte viel mehr Spitzsacken. Okay, ich muss mir erstmal Spitzsacken holen gehen. Ich wüsste nicht, dass die so schnell kaputt gehen hier. Ähm. Bin ich mal gespannt. Hoffentlich komme ich jetzt da raus, wo ich auch vorher war. Also wo ich auch möchte. Und nicht wieder irgendwo draußen im Wald. Das wird zu ne Scheiße. Ah, nein, es hat geklappt. Ähm. Ja. Äh. Ja, das blöd jetzt echt. Ähm. Eisen. Yes. Schmeiß den Scheiß direkt da rein. Kannst du auch hier reinschmeißen. So. Wie ging das denn jetzt? So. So. Mach mal. Ich glaub, das reicht so. Wollte es jetzt auch nicht übertreiben. Das kann wieder rein. Das nehmen wir mit. Wobei, lassen wir mal noch. Nimm mal drei Stück mit. Ist für den absoluten Notfall. Effizienz. Schmeiß die hier rein. Ich würde die Sachen nämlich ungern wegschmeißen. Komplett. So. Äh. Ich weiß gar nicht, ob's... Ich glaub, Nacht macht da keinen Unterschied. So, wieder hoch. Ich muss hier echt gebaut werden, dass nervt, dass ich immer hüpfen muss. So, hier bin ich mal gespannt, ob ich irgendwas finde. Weil bis jetzt scheint, dass es echt scheiße ist, mein Spotter. Oder kann ich das hier... Nee, wenn ich das kaputt mache, wenn ich hier... Der will sich einfach zurückporten. Ich bin doch gerade noch... Wasser, mein schön. Ja, so. Ja, boom. Na gut. Ich buddel mag einfach mal den Weg hier lang. Das ist so. Äh. Okay. So. Gucken wir jetzt schon hier unten. Ich weiß aber noch nicht, was ich mit den ganzen Nuggets und Gold zu machen muss. Was haben wir hier? Guck dir das an. Die sehen anders aus. Guck mal, da ist was. Was haben wir denn hier? Ne. Bist du freundlich? Warum ist das denn? Hä? Kümselnhoots. Okay. Was bist du? Du scheinst mir irgendeine Art Baum zu sein, oder? Zumindest baut alles andere dich nicht schnell gerade ab. Alter. Rotz mir da nicht so. Was greif ich denn da an? Ah, du Huren. Was? Warum greift der mich an? Du Penner. Warum? Ach nee, ey. Warum greift der denn da mich an? Ich hab doch nichts gemacht. Ich dachte, ich muss die angreifen, bevor die böse auf mich sind. Ach, mein Diamantsch mit meiner Axt. Spitzsack. Oh, dieser Penner. Was soll das denn? Warum ist der auch so schnell? Vor allem, wie viel Damage der reingedrückt hat. Fängt ja gut an hier. So ein Scheiß. Schau, die ganzen Level sind auch wieder weg. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du bist doch ein... Komm her, ich muss dich da wegbeten. Komm jetzt hin. Bitte lass jetzt nicht noch mehr sein. Okay, okay, okay. Ich bin schnell. Ich bin wie der Blitz. Oh, du Ficker. Mir fehlt der Helm. Wo ist der Helm hin? Und mein Schild, oder? Mir fehlen noch ein paar Sachen. Okay, die Axt habe ich aber. Wie sind denn da Sachen weg gewesen jetzt einfach? Oh, ne, da ist das Schild. Okay. Der Helm ist scheißegal, würde ich sagen. Ach, diese Pissbacke. Okay, das heißt, die hässlichen Schweineviecher kann ich töten. Was bist du denn? Alter, was ist denn hier alles los? Was ist das hier alles? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Was bist du für ein Mist? Wie verpiss dich? Wie verpiss dich? Stopp doch! Hä? Was ist denn das? Ich verstehe nicht, was hier alles los ist. Was ist das denn da? Die stehen auf Lava. Ich verstehe nicht, was das alles ist. Ich verstehe auch nicht, wie ich das abbauen kann hier. Warum hat dieses komische Ding mich gerade eben angegriffen? Ich kenne die einfach nach unten, oder? Was ist das? Was ist das? Was bist du? Du bist gar nix, scheinbar. Okay. Was ist das düster hier? Das ist auch eine Art von Baum. Ich muss ja schon sagen, dass er ganz schön geil aussieht, vom Farbschema her. Wrapped stem. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, ey. Was habe ich denn hier alles für Zeug? Ach du Scheiße, ey. Was habe ich denn hier alles für Zeug? Ich meine, cool, solche Farben zu haben. Ich weiß doch nicht, was ich dort machen kann. Äh, ja. Sonst weiß ich es nicht, um mich zu sein. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwas bringt. Ich meine, ich glaube, das soll es, das kann man gebrauchen. Den Rest hier weiß ich nicht. Das sind einfach nur ganz normale. Okay. Ah, das ist doch kein Glowstone. Ist das auch wieder was Neues, oder nicht? Das ist auch eine neue Art von Pilz, oder? Das ist Glowstone. Das ist grell. Ruddel mich mal da hoch. Oder brauche ich mal da hoch? Eher gesagt. Genau. Was traue ich denn da? Glowstone, ja. Glowstone, ja. Was traue ich denn da? Glowstone, ja. Ich bin keine fünf Minuten hier, mein Mensch. Momentan schon komplett voll mit irgendwelchen neuen Items. Ich spreche zusammen. Das kann nicht wahr sein. Das heißt, wir müssen erstmal eine Kiste hier hinbauen. Weil ich habe keinen Überblick, was ich hier brauche und was nicht. Äh, ja. Pack mal dieses ganze Holzzeug da rein. Weiß ich nicht. Pack einfach alles da rein, würde ich ganz einfach sagen, oder nicht? Werkzeuge und sowas packen wir mal. Wait, was war das denn da? Das ist Gold. Einfach nur. Ähm. Ähm. Das kann da rein. Keine Ahnung, ey. Ich nehme einfach alles mit. Oh Gott. Wo ist denn meine Erde? Die bräuchte ich aber schon noch da unten. Aber ich meine, frage mich halt, ob man aus diesen Sachen auch was bauen kann. Oder sind das einfach nur Blöcke, die einfach nur da sind und besonders aussehen? Das ist halt die Frage. Weil ich fände es schon gerne, wenn ich daraus was machen könnte aus den komischen Dingern hier. Aus diesem Knirschelholz. Was haben wir denn da? Noch mehr? Ist ja alles voll. Okay, das Zeug scheint nicht selten zu sein auf jeden Fall. Schmeißen wir rein. Ihr seid die lieben, Pigmen, ne? Schmeiß einfach alles rein. So. Da ist noch was. Was ist das denn? Ach, das ist so ein... Ah. Alter, wie gigantisch. Was ist das denn? Das ist auch wieder irgendein neues Tier. Ich würde gerne darüber, aber da brauche ich wahrscheinlich wesentlich mehr Steinzeug noch, ne? Ähm. Smart. Ich sage auch, es hätte den Pigmen auf den Arm genommen. Alles, was mir irgendwas wert ist, schmeiße ich erstmal hier rein. Der Rest ist mir da egal. Guck mal hier normalen... Ich habe nur so wenig. Ich dachte, ich hätte mehr gehabt. Dann hätte ich den Rest schon abgelegt. Ich möchte nämlich da in die Mitte. Ah! Ah! Wo ist mein Schwert? Wo kommst du denn auf einmal her? Du warst gerade eben noch nicht da. Da kommt was. Kommt nix. Was bist du denn? Geh weg! Ja, das ist fähig. Was war das denn? Und der komische Geist hat nix getroppt? Ihr seid lieb, ne? Warum sind denn hier so viele Endermann? Ich verstehe das alles nicht. Das hier Mannschritt ist mir einfach zu schade. Wenn ich da runterfalle, bin ich richtig sauer. Gut, dann baudeln wir uns mal rüber. Guck mal, das schwimmt durch die Labe. Was ist das? Ist das freundlich? Das ist meine Frage. Ist das riesig, das Gebiet hier. Das sieht rechts auf der Vorschau recht am Ruckeln aus. Ich frage mich, ob das am Ende in der Aufnahme auch so ist. Ich frage mich, ob das am Ende in der Aufnahme auch so ist. Was ist das denn? Guck mich nicht so an. Ich vertraue euch absolut nicht. Ah, sehr gut. Okay, scheint es viel von diesem Baumzeug zu geben. Was passiert, wenn ich hier angucke? Bist du dann böse? Nee. Sieht alles gleich aus hier. Äh. Tschüss. 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 Ich bin mir jetzt nicht so beeindruckt worden. Das sieht natürlich alles nett aus, aber wirklich toll ist das jetzt nicht. Ich meine, ich habe jetzt hier grünes Holz und rotes Holz. Aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das ist mein Problem. Das finde ich zumindest momentan. Ganz viele Items, die ich mit jeder Waffe abbauen kann. Aber sonst, also vorher hat es halt immer diese Castle. Oder sind die komplett weg? Hier ist jetzt alles voll mit irgendwelchen Monstern. Ich meine, Endermänner gab es damals mal nicht in dem Gebiet. Meine ich zumindest. Ich habe komische neue Viecher. Wo es aber einfach so viele sind, dass ich mich nichtmals traue, die anzugreifen. Ja, ich meine, schau dich so mal an. Wie viele das einfach überall sind. Es wird ja zum Block... Okay, der ist einfach durch mein Ding durchgelaufen. Ich dachte jetzt schon, dass der mich jetzt angreift. Dann wollen wir uns mal hoch. Auf die höhere Ebene. Weil damals war das nicht so... ...so wie es jetzt halt ist. Genau, diesen Soulcent habe ich auch noch nicht gefunden jetzt. Was ist so ein Baby-Mongo? Ich habe halt Angst vor den ganzen Endermännern. Weil die mich kurzerhand killen können. Was habe ich so auf dem Schwert drauf? Kann man hier Ende abteilen, Sam? Nein, kann man nicht. Die machen mich kalt. Ah! Okay, man kann hier Enderperlen sammeln. Aber das ist ja richtig gefährlich. Hallalalala! Da bin ich nicht ausgerüstet, habe ich das Gefühl. Guck mal, da ist so eine ganze Familie von hässlichen Viechern. Hat er mich jetzt... Keine Ahnung, das sieht alles gleich aus. Ich kann auch noch 500 weitere von den Stacks hier holen. Ich weiß halt nicht, was ich hier mit irgendwas machen kann. Ich glaube, da hat nichts mehr. Das ist halt... Was ist das denn? Crimson Hyper. Okay. Komischer Stein da. Ja, ja. Ist ja alles nur so komischer Kackwald. Ich verstehe es nicht, um ehrlich zu sein. Wo war denn... Wo bin ich denn nochmal gekommen? Das hätt ich mir vielleicht... Merken müssen. Geschütterrecht. Hier ist mein Ding. Hier mal hier am Rand entlang. Golden Agents. Kann ich mit denen irgendwas machen, wenn es hier so viele gibt davon. Sollen wir bestimmt irgendwas dann machen können. Ich weiß nicht weiter, was ich hier brauche noch. Ich verstehe halt nicht, was ich hier brauche, um ehrlich zu sein. Was? Was? Hast du mich? Habe ich dich angeschaut? Was ist los hier? Warum kommt mir so nah? Ah! Erst kann ich sein Zeug, aber ihr nervt mich übertrieben jetzt gerade. Verpisst euch doch mal. Ich komme hier nicht durch. Die ist alles voll mit Lava-Scheiß. Ich habe den angeschaut. Das tut mir wirklich leid. Du warst auf einmal einfach da. Willst du nicht? Hat keinen Bock. Hier sind es einfach viel zu viele davon. Das nervt mich. Ich muss halt... Ja gut, keine Ahnung. Sorry, aber ich weiß nicht, was ich hier anfangen soll mit dem Zeug. Du bist also es doch Stress. Komm wieder, hä? Komm da ran. Komm da ran hier. Komm da ran. Komm doch. Komm da ran. Komm da her. Mach dich kalt mächtig. Ist er tot? Bordel uns mal irgendwie nach oben einfach. Weil ich sonst nicht weiter weiß, was ich machen muss noch. Weil ich weiß es halt ganz ehrlich nicht. Ist es halt... Ja, Baumzeug. Also es sind halt irgendwelche Mads. Aber vorher können wir wenigstens auch richtig erkunden. Aber das ist jetzt alles voll mit Endermännern und anderen Dingern. Also du kannst ja nicht erkunden, so. Also das ist ja einfach nur nervig. Da fand ich das ganz mit diesen Castles wesentlich geiler. Weil da ist halt ein Castle ein bisschen einfach rumgelaufen. Ich glaube, da gab es auch Thron und hat... Es hat halt irgendwie... Ach, es hat keine Axt mehr dabei. Blöd Mann. Müssen wir mal runter. Ich habe jetzt ja auch keine Lust, jetzt hier 500 Bäume abzusacken davon. Ganz ehrlich. Weil ich nicht... Was weiß, ob ich die brauche oder... Weil ich... Alter, es kommt ja nichts mehr da durch den Monitor. Da ist wieder so ein Spinner. Leute, helft mir! Magst du das? Ich dachte, ihr mochtet Gold, aber scheinbar nicht. Keine Ahnung. Ich schmeiß alles da rein einfach. Ich weiß halt nicht, was ich mit irgendeinem der Gegenständen anfangen soll. Ach du Scheiße. Pac-Man! Helft ihr mir? Greift die? Kämpft ihr gegen die? Macht ihr irgendwas? Ah! Ich komme nicht schon. Komm rein hier. Was ist los mit euch dummen Drecksnasen? Komm rein hier, du dickes Schwein. Jetzt mal ganz ehrlich, was macht ihr denn? Ihr seid so wie damals, oder wie? Magst du das, was ich in der Hand habe? Scheinbar nicht. Also noch mehr. Also noch mehr. Was ist denn der Sturm von dem? Ich habe keinen Durchblick hier, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. So, hä? War das nicht hier? Ich habe mich verlaufen. Ich dachte, ich habe mich hier hochgebrodelt. Ach, du nervst. Geh weg. Ach, hier war das. Ja, gut. Ich sage erstmal viel lieber fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal noch ein bisschen rumschauen. Mal gucken, ob ich irgendwas Interessantes finde oder ob der in der Seife halt total langweilig ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst noch ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!